Hallo ihr Lieben! Würden eure Kinder auf solcher Rutsche rutschen? Meine verweigern das. Deswegen wird sie heute sauber gemacht. Dafür brauche ich nur den Alleskönner, die Mischung 1 zu 10, bis dahin Wasser, Konzentrat, unser Universaltuch und natürlich mein Extra-Dry. So, jetzt los geht's. Ich sprühe es einfach ein. Das ist eine kurze Zeit einwirken und gleich sehen wir es wieder. So, nach kurzer Einwirkzeit geht's weiter. Ich musste noch nicht mal schwuppen. Jetzt, wenn es notwendig ist, einmal drüberwischen, trocken putzen. Jetzt können die Kinder drauf. Das ist eine kurze Zeit. Das ist eine kurze Zeit. Das ist eine kurze Zeit.